unglaublich sechs prozent mehr rente zum 1.7 2024 für unsere bundestagsabgeordneten nicht für sie mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de meine damen und herren was ich am 29 2 2024 lesen durfte ja da sträubt mir sozusagen das letzte was ich noch auf dem kopf habe nach oben ja das bundesamt für statistik hat mitgeteilt dass die dass der netto lohnindex das heißt also nicht der netto lohnindex sondern der lohnindex 2023 insgesamt das heißt also die lohnerhöhungen um sage und schreibe 5,97 prozent stattgefunden haben was für uns gesetzlich rentenversicherte und rentnerinnen und rentner der gesetzlichen rentenversicherung ja ein bomb eine an sich eine feine sache sind wir können ja hoffen dass es nur große rentenerhöhung gibt aber das meine damen und herren haut doch wirklich alles weg unsere bundestagsabgeordneten bekommen in einer art selbstautomatismus das muss man sich mal auf der zunge zu gehen lassen ich zeige ihnen das hier die eine historisch hohe diätenerhöhung die gehälter in deutschland sind 2023 um sechs prozent geschrieben gestiegen ich habe gesagt 5,97 prozent und genau um diesen betrag meine damen und herren werden auch die diäten der bundestagsabgeordneten zum ersten siebten diesen jahres steigen und gleichsam auch die ruhensgehaltsbezüge das heißt also die pensionen der bundestagsabgeordneten und ansprüche auf renten und pensionen der bundestagsabgeordneten genau um diesen betrag aufsteigen und der bund der steuerzahler protestiert und ich bekomme gerade deswegen drehe ich auch das video ein haufen mails rein wo die leute sagen das kann doch wohl nicht wahr sein ja da kommt ein herr professor dr raffel hüschchen und teilt uns mit oder ihnen mit sie sollen bitte auf ihre rentenerhöhung verzichten und gleichsam sagt der finanzminister christian lindner wir brauchen hier drei jahre sozial ausgaben moratorium wo er letzten endes auch sagt naja dann können wir ja die rentenerhöhung einfrieren und diese herrschaften kassieren tatsächlich zum ersten siebten diesen jahres 2024 solche gigantischen erhöhungen das haut doch ein die beine weg das heißt also der bund der steuerzahler hat ausgerechnet dass die abgeordneten diät von aktuell 10.591 euro und 70 cent dann monatlich um 635 euro und 50 cent auf 11.227 euro 20 angehoben wird und da ja die diät da ja die pensionszahlungen und ansprüche auch an die diätenerhöhungen gekoppelt sind erhöhen sich selbstverständlich auch die abgeordneten pensionen hier um die entsprechenden prozentsätze das ist ein dickes ding das muss man ganz ehrlich mal sagen was hier die abgeordneten des bundestages gleichsam auch die minister und wie sie alle heißen sich hier wieder in die taschen schaufeln und ihnen möchte man nur eine lächerliche rentenerhöhung von 3,5 prozent zugestehen wenn überhaupt so der rentenversicherungsbericht der bundesregierung 2023 jahr es prognostiziert hat ich gehe nicht davon aus ich gehe davon aus dass es höher ausfällt aber meine damen und herren und ich hoffe es zumindest dass es höher ausfällt aber meine damen und herren das meine ist doch mal eine dicke ansage das ist doch mal eine dicke schweinerei dass sowas in unserem land möglich ist wo andere leute sagen sie sollen auf ihre rentenerhöhung verzichten und die herrschaften in berlin stopfen sich die taschen voll das finde ich ist unmoralisch asozial und vor allen dingen sozialpolitisch ein riesen sprengstoff dass sowas in unserem land überhaupt möglich sein kann dass unsere politikerinnen und politiker sozusagen sanktionslos hier in einer art vollautomatismus wie es auch in diesem beitrag vom vom fokus zu lesen ist eine art vollautomatismus ohne diskussion ohne aussprache oder erklärung der abgeordneten im bundestag praktisch hier solche diätenerhöhungen geben kann die abgeordneten entscheiden in ihrer eigenen angelegenheit das ist ein skandal meine damen und herren und das ist im grunde genommen nicht in ordnung hier muss es andere regelungen geben es kann nicht sein dass abgeordnete für sich selbst höhere diäten beschließen und rentnerinnen und rentner aus der gesetzlichen rentenversicherung mit lächerlichen 3,5 prozent mehr rente abgespeist werden sollen das finde ich ist eine riesen frechheit und das darf in einer demokratie wie in deutschland nicht mehr möglich sein also meine damen und herren wenn sie auch der meinung sind dass das nicht in ordnung ist was hier stattfindet im bundestag dass die sich hier mit sechs prozent höheren diäten und auch ruhens gehälter und die taschen vollhauen dann schreiben sie ihren bundestagsabgeordneten und zeigen sie den einfach die rote karte ja ich kann es nur noch mal zeigen hier das ist die rote karte von rentenbescheid24.de ich zeige ihnen allen bundestagsabgeordneten die rote karte das darf nicht wahr sein und deshalb muss es hier eine änderung geben näheres zu diesem thema finden sie auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel